Tor für Leverkusen. Brandt fasst sich ein Herz und zimmert die Kugel aus rund 20 Metern an die Latte. Von der Linie springt die Kugel zurück an den Fünfer, dort steht Wollang und nickt die Pille zum 1, 0 über die Linie. Kevin Wollang, Stern 30. Juli 1992 in Marktoberdorf, ist ein deutscher Fußballspieler. Der Stürmer steht seit der Saison 2016-17 bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag.